So. Als nächstes können wir dann auch schon den hier haben. Gucken wir dann, dass wir uns noch ein bisschen, noch ein paar Mana Points kriegen. Ich weiß nicht, wie viel Max sind. Zwei, vier, sechs, acht, sieben, zwölf, glaube ich. Oder vielleicht kann man so viel haben, wie man will. Keine Ahnung. Mal schauen. Dann klingt das gar nicht so blöd. Dann kriegen wir als nächstes einen neuen Scale. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ich könnte mir eigentlich noch irgendwas anderes vielleicht machen. Wo ich noch ein bisschen mehr Schnee. Ja, okay, das nehmen wir auch mal mit. Wenn du wenig möchtest. Also. Wenn die Lady unbedingt möchte, dann darfst du natürlich. Hier nochmal was. Dann wird schon langsam Zeit, dass wir hier reingehen. Das noch mal immer schön die Uhr im Auge behalten, bevor wir wieder sterben. Wegen so'n Zeug. So. Mal schauen, was wir dieses Mal einräumen können. Wir haben davon nochmal fünf. Dann eine Schraube. Oh Gott. Mehr von dem Zeug haben wir. Schnee. Auch Schnee. In einer Kiste, glaube ich, auch Schnee. Dann machen wir noch mal noch eine Kiste. Warte, ich packe mal nochmal Holz. Weil, dann haben wir nochmal eine Kiste. Kann ja nicht schaden, nochmal eine Kiste zu haben. Ich packe mal vielleicht gleich hier hin. So, sollte ja trotzdem noch gehen. Gut. Und dann haben wir hier das Zeug für die neuen Mobs dran. Das ist, glaube ich, auch das hier. Marshmallow, den kommt weg. Das kommt raus. Das kommt raus. Das kommt raus. Oder ist das übersichtliche? Auch raus. Das kommt raus. Das kommt raus. So, das ist das Standardzeug, was wir hier reinpacken. Was wir vorher schon immer bekommen haben. So, dann Twix, genau. Ice Rose. Tree Saplings. Holz. Wooden Wall. Kann man auch hier reinpacken. Warum nicht? So, nein. Das ist die falsche Kiste hier. Die Kiste. So, genau. Hm. Oder machen wir hier Materialien und die andere Kiste irgendwas ganz was anderes. Ich weiß noch. Ich bin mir auch ein bisschen unsicher. in der Kiste. In jedem Fall kommt das nochmal raus. So. Das hier. Das hier. Das ist was zum Pflanzen. Das ist auch was zum Pflanzen. Das ist auch was zum Pflanzen. Das ist nichts zum Pflanzen. Das ist zurück zum Sammeln. Gäbs da noch nicht noch? Und was war denn? Welche Schraube? Sind die einen Schrauben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So. Dann packen wir das mal so hin. Loll, da haben wir schon wieder so'n Ding. Was soll ich jetzt? Das Eisen. Da ist ein Ring. Vielleicht schaut's sogar nicht so schlecht aus. Dann machen wir das vielleicht doch so, weil ich denke, wenn wir ein anderes Zeug kriegen, dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr. So. Muss aber jetzt mal kurz weg. Ich halt mich schon viel zu lange auf. So, oder bin ich wieder? Gott. Dann schauen wir... Oh, ich muss unbedingt was essen. So. Dann gucken wir mal weiter her. Ob wir noch mal mindestens ein Level weitermachen können. Wenn wir noch ein paar Sachen zum Pflanzen kriegen können. Weil... Weil... Ja, aber da kommen wir auch noch was. Und vielleicht noch ein Level. Aber ja, das habe ich schon gesagt, glaube ich, dass ich noch ein Level machen möchte. So. 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 Upsa. Na jetzt halt. Man muss halt auch erstmal rauskriegen, wie das funktioniert mit dem Schießen. So. So. Hallo. Okay, jetzt muss ich warten, da ich nicht gleich alles geschossen habe. Bis zu dreimal kann man schießen. So. So. Ist auch so ein Mob-Dingens hier. So. 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 Es geht doch. So. 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 Das könnte ruhig auch Mokos droppen oder so. Oh. Ich will hier keinen Mokos droppen. So. Kackmopp. Ich hasse dich. Mann! Ich dachte mir, ach komm, das geht schon noch. Nein, das ging nicht. Wo habe ich denn? Da habe ich. So. Jetzt geht's wieder. Geil. Es hat so schön funktioniert. Das war kacke. Weil ich hätte mal in die falsche Richtung geschaut. So. So. Auch nochmal so ein komisches Laserpointer-Mob-Teil. So. 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 mit. So. 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 nervig. so nerfindung. mit dem Ding. bинг machen. oder? ja. so. 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 fertig aus. Nur so nebenbei. Vielleicht kann ich es darüber loren. Ja. Das ist schon aus wie eine Katze. Mein Inventar ist voll. I see. Packen wir mal kurz was weg. Wie z.B. das hier. Das ist irgendwie süß. Irgendwie glaube ich, dass mich das total kaputt macht. Ja, das ist voll süß. Mann, ich trau mich nicht. Soll ich es kaputt machen? Ja, warum eigentlich nicht? Schneekerzen. Albtraumkerzen. Ach komm. Hä? Sind wir unnit? Ich hab nichts gedroppt. Ich hab nichts gedroppt. Ah, den Skate find ich jetzt schon mal relativ cool. Bringt die noch XP, die Mobs? Oh, ich wollte gerne noch ein paar mal schießen. Kacke. Ich weiß nicht, ob mir das XP bringt. Ich glaub fast nicht. Hm. Hm. So, bald sind wir Level ab. Das haben wir dann doch nicht mehr an dem Tag geschafft. Naja, gut. Passiert. Und dann wird mein Portal wieder versaut. Und dann wird mein Portal wieder versaut. Da hab ich noch weiß, was ist ein Skill in der Hand? So, jaja, super. Sehr schön. Yay! Level ab! Na ja, skill. So. Kann man dann gleich mal ausprobieren. Oder vielleicht käme mir erst mal den Mob hier. Das schaut gefährlich aus. Sieht gut aus, als möchte er mir auf den Keks gehen. Aua! Ich fang halt auch echt alles ab. Also, dann komme ich nur so an. Das ist ja egal. So, mal den Mob hier. So. Gehen wir das hier. Oh, warte. Wir könnten erst mal das hier gehen. Wenn wir die Fähre noch haben. Ah, solche Zeit. Ich glaube, das macht man auch viel, viel besser hier irgendwas killen, als wie ich das kille. Ich bin hier nicht so der Pro in Kale. Na gut, muss ich auch nicht sein. Ich komm trotzdem. Vielleicht hab ich trotzdem Freude. So, dann da schon wieder so'n Mob. Hallo. Gehen Mob oder nicht nur irgendwo anderen Mob. Ja, das ist kacke. Ich glaube, ich geh dann die anderen Mops hier doch okay, ne? Die Alter. Ups, nein. Der falsche Mob. Ich habe natürlich auch nicht mehr, das ist ja auch nicht mehr. Ich glaube, das ist ja auch nicht mehr. Ich habe die anderen Mops.